Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Werbung auf YouTube. Ich habe freundlicherweise von einem Zuschauer, Wieselmafia, über Instagram ein paar kleine Informationen zugespielt bekommen bezüglich der Werbung, die unter anderem so in meinen Videos eingebaut ist. Hierzu gleich der kleine Disclaimer. Die Werbung in meinen Videos kann ich persönlich nicht aussuchen. Das macht YouTube vollkommen autonom und selbstständig. Die Werbung, die ihr seht, wurde also durch YouTube automatisch ausgewählt. Ihr könnt euch das auch nicht aussuchen, was ihr dort seht. Warum bekommt ihr diese Betrügerwerbung überhaupt angezeigt? Ganz einfach. Ihr guckt euch Videos an, wo es eben um Trading geht. Um die Trading-Abzocke, die wir hier kennen. Und nun ja, der Algorithmus von YouTube wählt nun Werbung für euch aus, die passen könnte zum Thema, was in den Videos beinhaltet wird. Das heißt, YouTube hat eine künstliche Intelligenz im Videolaufen, was eben das Video auch mithört und alles, was da drin gesprochen wird, verarbeitet. Außerdem gibt es ja auch noch den Titel und die Beschreibung, wo ja auch ganz klar drin steht, worum es geht. Hiernach sucht YouTube eben passende Werbung aus. Passende Werbung ist in dem Fall natürlich auch wieder ein Trading-Unternehmen. Dass die allermeisten Trading-Unternehmen natürlich Betrug sind. Und oftmals geht es ja hier auch nicht nur um Trading, sondern Finanzanlagen oder sowas, wie die Videobeschreibung hier öfters auch ist. Naja, und dann wird euch eben genau sowas auch alles angezeigt. Wenn eine Videowerbung spielt vor dem Video, unten links befindet sich nach einem kurzen Text ein kleines eingekreistes I. Da könnt ihr jederzeit draufdrücken und Videos melden. Und dadurch eben für euch persönlich erstmal abschalten. Tun das viele Menschen. Wird YouTube hier sicherlich auch irgendwann reagieren und die Werbung entsprechend vom Netz nehmen. Bis dahin läuft die Werbung aber. Und mal ein, zwei Einzelmeldungen werden hier sicherlich auch nicht dazu führen, dass die, ja, komischen Werbespots abgeschaltet werden. Der Vorteil ist, ihr seht ja direkt nach dem komischen illegalen Werbevideo oder eigentlich ja nicht mal illegale Werbevideo. Also das Video ist ja an sich nicht illegal, sondern nur der Inhalt, oder auch nicht mal das, sondern eigentlich nur die Firma dahinter. Oder es ist ja nicht mal ein, ah, ihr wisst, was ich meine. Letztendlich landet man ja bei Betrug. Das, was ihr seht, ist ja leider noch nicht wirklich Betrug. Das ist nur Werbung für Betrug. Weiß ich nicht, inwiefern das eigentlich schon strafbar ist. Aber, hm, das Problem dabei ist, YouTube lässt nun mal diese Werbung durch. Dagegen können wir nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist die Werbung jedes Mal melden, um sie dann für sich persönlich erstmal nicht mehr angezeigt zu bekommen. Was da auch wieder der Nachteil ist, man muss das für jedes dieser komischen Werbevideos tun. Zieht man das eine Weile durch, bekommt man irgendwann auch wieder den normalen Schokoriegel von Kinder oder was weiß ich angezeigt. Oder das neue Schwarzkopf-Shampoo. Das seht ihr natürlich so lange nicht, wie diese Betrügerwerbung noch läuft, weil YouTube erstmal denkt, dass diese Werbung für euch die Werbung ist, die ihr sehen wollt. Auch wenn man grundsätzlich eher keine Werbung gucken will, aber ist nun mal so. Und am Ende, tja, wenn ihr jede Menge von diesen komischen Werbungen blockiert habt, dann werdet ihr merken, ihr seht diese Werbung nicht mehr. Aber auch das ist leider keine Dauerlösung. Denn sobald irgendein Betrüger wieder irgendein Betrüger-Video hochlädt, um Leute mit Werbemüll voll zu müllen, dann werdet ihr auch das wieder angezeigt bekommen. Aber ich zeige euch mal eine dieser Werbungen. Mehr als 13.837,45 Euro landeten in nur 24 Stunden auf ihren Bankkonten, nachdem sie sich online für meine Testversion angemeldet hatten. Und rate mal, die Tatsache, dass du diese Seite gerade siehst, bedeutet, dass du jetzt auch dem Bitcoin-Code beitreten kannst. Denn ich mache gerade die gleiche Testversion für dich. Eine Frage an dich, startklar. So wie viele Leute habe ich davon gehört, dass man mit Bitcoins Geld verdienen kann. Aber mir selbst Bitcoins zu kaufen, kam mir wie ein sehr langer und komplizierter Prozess vor. Als ich das Video von Sven sah, war ich so froh, endlich damit anfangen zu können, selbst mit Bitcoins zu handeln. Genau wie versprochen, verdiente ich innerhalb von nur 24 Stunden exakt 13.034,48 Euro. Und das mit einem... Tja, dass das alles nur Lug und Betrug ist, das erklärt sich ja von selbst. Den Sprecher, den ihr hier am Anfang gehört habt, von dem Werbevideo, wo ja nur die Schrift zu sehen war, das ist einfach nur ein Werbesprecher, den man buchen kann. Also vom Prinzip macht er nichts anderes, wie ich einfach irgendwas ablesen und einsprechen. Und da fängt das schon an. Diese Stimme von dem Werbesprecher, die hört man tatsächlich fast überall in allen Betrugsvideos. Und weiß ich nicht, wie das zustande kommt, auf jeden Fall wird immer der dafür benutzt. Die Videos sind auch oftmals ziemlich gleich aufgebaut. Irgendwelche Texte, irgendjemand, der das vorliest und dann noch ein paar nette Leute, die erzählen, wie toll das alles funktioniert. Dass das alles eine abgekaterte Geschichte ist und von vorne bis hinten erstunken und erlogen ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Das Problem ist, vielen Leuten ist das manchmal gar nicht bewusst. Denn grundsätzlich geht man ja auch erstmal davon aus, dass das Ganze geprüft wurde. Aber das ist nicht der Fall. Wenn ihr Werbung bei YouTube bucht, es ist ultra einfach. Ich lade einfach irgendein Video hoch, so wie dieses hier, gehe auf Google Ads oder auf AdSense dann in dem Fall, wähle den Link von dem Video aus und buche die Werbung mit wenigen Klicks. Also man ist da wirklich nach, weiß ich nicht, zwei Minuten durch. Dann ist das Video als Werbung bei YouTube online und wird angezeigt. Und das ist auch tatsächlich das Problem. Ich glaube nicht, dass da großartig noch irgendjemand was kontrolliert. Und das wird aufgrund der Masse ganz einfach schlichtweg sicherlich durch künstliche Intelligenz gelöst. Und solange da keine Kraftwörter oder gewalttätige Szenen verwendet werden, fällt es halt auch nicht aus dem Raster. Und genau das ist das Problem. Händisch ist das bei der Masse nicht mehr möglich. Logisch. Ich meine, man kriegt ja mittlerweile Werbung in Zweierblöcken angezeigt. Und teilweise, weiß ich nicht, in so einem Zehn-Minuten-Video könntet ihr dann bis zu sechs Werbespots gesehen haben. Also das ist, glaube ich, so maximal möglich bei YouTube. Naja, und bei der Masse auf zehn Minuten so viel Werbung, das kann einfach, also alleine vom logischen Menschenverstand, kriegt das kein normaler Mensch mehr hin. Da könnt ihr einen riesen Callcenter beschäftigen. Das schafft man einfach hindurch nicht mehr. Und aus diesem Grund geht die Werbung erstmal einfach durch, bis man sie dann meldet. Wenn sie dann oft genug gemeldet wurde. Ich habe euch mal noch so eine tolle Leckerwerbung mitgebracht. Ja, kein Verkäufer. Vielleicht sollte ich... Nettes Auto, Mann. Danke. Willst du auch eins? Ich wünschte... Komm für eine Sekunde her. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vor der Kamera stehen möchte. Ist das fürs Fernsehen oder so? Nein, wir haben ein kleines Finanzunternehmen und werden es für unsere Website nutzen. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Ist es deins? Ja, es ist meins. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du bis nächsten Monat auch eins besetzen könntest? Ha, ich würde das Ehrenhaus anrufen, um zu fragen, ob sie einen ihrer Patienten verloren haben. Kann mir kaum die Miete leisten. Lass mich dir ein Bier kaufen und wir werden darüber reden. Wie ist dein Name? Jerry Price. Mein Name ist Brandon. Schön, dich kennenzulernen. Und hier fängt es dann tatsächlich an, richtig unterirdisch zu werden. Also die Qualität ist ja hier wirklich mal das Grauens. Da fragt man sich wirklich, wie kann sowas durchgehen? Aber gut, haben wir ja beantwortet, kontrolliert eh keinen Mensch mehr. Und das Problem ist, ich frage mich, wer zahlt da ein? Wer macht da mit? Auch wenn das jetzt hier vielleicht irgendwas anderes zu sein scheint. Wer macht da mit? Wer klickt da drauf, ich will zu dem Werbetreibenden und bestätigt das nochmal und geht dann auf die Webseite, um dann da Geld einzuzahlen? Verstehe ich nicht. Also es ist wirklich für mich absolut unfassbar, dass solche Werbung funktioniert. Unprofessioneller geht es ja nun wirklich nicht mehr. Welcher Mensch glaubt da dran, dass ein Bankberater euch auf der Straße mit einer Kamera anquatscht und euch zu einem Bier einlädt, um euch dann zu erzählen, wie reich ihr werden könnt? Also dass das von vornherein unlogisch ist, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Das Schlimme ist, es zahlen Leute ein. Und das ist das Wahnsinnige an dieser ganzen Geschichte. Ich verstehe es einfach nicht, wie es Menschen gibt, die da einzahlen können. Also das muss man ja mit Gewalt machen wollen, bei sowas einzuzahlen. Und das ist das Dramatische an der Geschichte. Es gibt jede Menge Menschen, die glauben daran. Warum auch immer. Ich kann es nicht verstehen, ihr könnt es wahrscheinlich nicht verstehen oder die meisten von euch. Wichtig ist, dass wir alle Menschen darüber informieren, dass es eben so einen Blödsinn gibt. Von daher hoffe ich, dass ich euch wieder mit diesem Video ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine oder so eine ähnliche Masche hereinfällt. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es solche Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist leider auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie leider die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos in den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information. Wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.